Ich bin Twanweinen. Zusammen mit meinem Bruder Peter haben wir seit 23 Jahren ein Gewachshaus mit Gurken und Paprika. Wir sind die zweite Generation von einem Familienbetrieb in den Gartenbau. Wir sind jetzt beschäftigt mit einer Bohrung für Geothermie und wir erwarten Wasser von 80 Grad Celsius aus der Quelle zu erreichen. Das heiße Wasser ist benötigt für die Heißung der Gurken in den Gewachshaus. Wir arbeiten zusammen mit kleinen Insekten, Nützlingen, um die Schädlinge unter Kontrolle zu behalten. Diese Oreos fressen den Trips auf, die Schade anrichtet an unseren Gurkenpflanzen. Und so bleibt die Biologie im Balance. Ich genieße immer wieder von unseren gesunden, geschmackvollen Gurken, die wir jeden Tag wieder frisch ernten. Anschlägen für das Flugzeug Das ist das Nahsschlaut des Bluse Nachdem in den Zamora ausczeniu Untertitelung des ZDF, 2020